Freunde, heute große Backstunde. Neben mir Schalke-Spieler Henning Matricciani. Freue mich drauf, hast du schon mal in deinem Leben Käsekuchen gebacken? Ja, tatsächlich schon. Ein, zwei Mal, aber immer mit einer Anleitung. Ja, freue ich mich drauf. Anleitung haben wir heute auch am Start. Wir kriegen es, glaube ich, aber auch ohne hin. So, jetzt kann der Kuchen in den Ofen 75 Minuten rein, danach kalt stillen und dann ist er schon fertig. So. So, guck dir das Endergebnis mal an. Guck dir das Ding mal an. Perfekt. Geschmackstest ist das Entscheidende. Ich bin zufrieden. Mehr als das. Passt auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Danke dir, Henning, erstmal für deine Zeit. Sehr, sehr korrekt. Sehr gerne. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.